Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute geht es weiter mit der Aktion Mixtur und Entwicklung und dem thermischen Differential. Wir haben in der ersten Phase Pyro und Kryo, außerdem Schmelzen und Verdampfen Reaktionen und ja, that's basically it. Wir haben, oh, Dehia und Ayaka zum probieren, okay. Ja, macht natürlich Sinn, wenn man dann halt auch überwiegend solche Character nimmt, logischerweise. Ich habe wieder Lust, irgendwas Neues auszuprobieren, deswegen nehmen wir Xiangling, weil ich nehme, ja doch, machen wir Ganyu, ähm, Xiangling, B-B-B-Bennett, ich finde ihn nur immer nicht, hier ist er, und Ayaka. Ha! Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Ayaka-Fan, aber gut von mir aus. Let's go! Let's go! Ja, warum nicht Utao? Ist einfach der Grund, weil in solchen Aktionen meistens so, und Utao macht er doch eher Single-Target-Damage. Und hier kommen jetzt ja sau viele Gegner auf einmal und da ist Utao dann eigentlich gar nicht so gut. Und die spawnen auch immer woanders, das heißt, man muss immer sehr viel, sich sehr viel bewegen. Das ist dann irgendwie auch immer nervig. Ei, ei, ei. Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Die hatten alle noch ein Leben übrig gefühlt. Wow. Ärgerlich. Die waren alle ultra-low. Na gut, Bennet ist tatsächlich auch gar nicht so gut, in dieser Kombination. Wie oft die mit einem Leben überleben, ist ja auch schon fast ein bisschen lächerlich, muss man sagen. Das ist ja fast ein bisschen lächerlich. Und so bin ich jetzt mal in meiner Spezialfähigkeit gespawnt. Oh. Ich hab gar nicht gesehen, dass das so starke Gegner sind. Hey, lauft nur noch einen Schritt nach vorne, Leute. Ihr steht nicht in meiner Ganyo-Ultimate. Also eigentlich bräuchten wir so 3000 Punkte in jedem Ding. Das wird hier sich nicht ausgehen. Nope. Ah, ne. Wobei, 4000 Punkte bräuchten wir. Letztes war ich 12.000. 4000 bräuchten wir. Okay, jetzt haben wir Hydro und Pyro. Hydro und Pyro. Und hier haben wir aber nur drei Gegner. Also ist da die Frage, sind das viele Gegner oder wenige? Das ist die Frage. Hydro und Pyro. Na gut. Dann gehen wir jetzt für das klassische Team. Für das eher klassische Team. Wobei das eine Kryo-Vanilokweiß ist. Das ist eigentlich ganz schön nervig. Äh, na egal. Egal. Au. Hey. Lol. Hahaha. Ich hab schon mal spürt's hier aufgehängt. Ähm. Hier geblieben, Freundchen. Die Schleime fliegen. Ah. Ah. Das ist halt so nervig, weil die immer wegfliegen, ne? Die Schleime fliegen immer wegen der Reaktion überladen weg. Die Vanilokweiß einfach nur. weil sie bescheuert sind. Puh. Das ist echt nervig. Das ist super nervig. Oh, man. Das ist echt super nervig. Ich bin jetzt Spezialfähigkeit, will er anscheinend einfach nicht mehr. Oh, jetzt ist sie da. RIP. Ist etwas spät, mein lieber Bennet. Etwas spät. No. Mist. Was haben wir jetzt? Kryo und Hydro. Oh. Kryo und Hydro. Ich lese mir das andere gar nicht durch. Oh, wir haben Ayato. Okay. Das ist die Kombo, die ich beim letzten Mal angesprochen hatte. Ich glaube, ich nehme trotzdem Kasua, weil er einfach sehr gut da reinpasst, glaube ich. Und dann noch Yelan oder Kokomi. Ich glaube, ich nehme Yelan. Weil ich es aber ändern muss, und zwar Kasua muss auf die 2. Genau. Wir haben genau 9.000 Punkte, by the way. Genau 9.000. Das war jetzt quasi 4.000 Punkte, aber auf jeden Fall mehr Punkte als beim letzten Mal. Also wie gesagt, ich glaube, dass das die stärkste Spezialfähigkeitskombi im ganzen Game sein müsste. Oder die beste. Im Sinne von, es ist einfach so perfekt. Und so sieht es auch aus. Die sind permanent eingefroren, die Gegner. Na gut, jetzt nicht mehr. Aber als die Spezialfähigkeiten noch aktiv waren, waren sie permanent eingefroren. Na gut, ihr müsst hier reinkommen. Sehr gut. Oh. Spezialfähigkeit Ready, aber noch auf Cooldown. Schlimmstes Gefühl aller Zeiten. Oh. Okay, die Kairagi gingen aber gar nicht mehr so gut down. Die gehen überhaupt nicht down. Na gut, es wird nichts mit einem neuen Punkterekord. Der hat sich sogar geheilt? Wie zum Teufel habe ich so wenig Schaden gemacht, dass der sich sogar heilen konnte. Ha? Wie ist das möglich? Und meine Spezialfähigkeiten laden sich auch nicht mehr auf. Uff. Tja. Der hat sich schon wieder geheilt. Warum ist der denn nicht eingefroren? Ha? Ich verstehe nicht, warum der nicht eingefroren ist. Hä? Der stand mitten in den beiden Spezialfähigkeiten, wurde kein einziges Mal eingefroren. Die dritte Runde war sogar fast meine schlechteste. Hä? Was für ein Müll. Also anscheinend muss man auch ein bisschen Glück haben. Irgendwie. Aber komisch ist, alle anderen Gegner waren permanent eingefroren. Nur der Kairagi nicht. Oder die Kairagi nicht. Was für eine Frechheit. Mir war das egal. Wir brauchen nur 4000 Punkte, davon mal abgesehen. Aber, naja. Oh, es waren sogar nur 400 Punkte oder weniger. Ja, 380 Punkte weniger als gestern. Vorgestern. Naja. Immerhin. Brennen, gefrieren und verflüssigen drei Aggregatszustände, die das Potenzial haben im Kampf, erstaunliche Wirkungen zu entfalten. Die weitere Forschung der Leistungsfähigkeit der Siedelschütteltränke unter extremen Temperaturschwankungen wird sicherlich wertvolle Testdaten liefern. Jo, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.